Grüß euch, ich bin der Bernd Kahl und es ist heute der XY-Tag bei meinem Video-Tagebuch. Und ich erzähle euch quasi, was ich gestern noch so getan habe. Gestern bin ich schon ziemlich verpasst bei der Arbeit heimgegangen, weil gestern war nicht, die haben die Tür geholt und da haben wir gestern nicht mehr vom Fernseher geholt und irgendwas gegessen und da waren geschütt. Und ich habe mich auch vertraut, dass ich eine App gekauft habe und die funktioniert ganz gut und ein paar Sachen muss man einstellen. Und heute habe ich euch schon ein bisschen was bei meiner Anwendung. Genau wie ich meine Anwendung habe ich sehe. Da habe ich jetzt wieder einen super Hörpferle, was man da hat. Und einen neuen Zivil. Einen Jonas, der kennt sich total gut aus und der hilft mir. Und ich sage gleich morgen, was wir umgehen dazu. Weil dann gibt es alle Menschen. Für dich bis morgen. Und ich...